hallo meine lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal ja ich spiele heute für euch wieder eine runde dead by daylight mit hottie tom und das gute stück kommt zum schluss und zwar die liebe kathy mein ehrengast hallo kathy hallo tom und hallo hottie hallo ja und außerdem ich habe versucht die heiligkeit ein bisschen höher zu drehen aber leider gottes lässt das spiel mich nicht also wenn ihr das wieder auf dem handy schaut tut mir leid für die dunkle qualität youtube macht da einfach einen hack rein und inkludiert die ganze scheiße nochmal so dunkel dass man es nicht sieht deshalb empfehle ich euch sieht es euch auf dem pc an oder am laptop tablet ist auch nicht gut tablet ist auch ganz dunkel aber ihr werdet schon drauf kommen so viel dazu hast du schön erklärt habe ich alles abgelesen ja wir haben vollmond und ich spawne neben einem djinn genial 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 geniale scheiße ok ich hoffe dass ich diesmal länger als eine minute überlebe ansonsten hatte ich die leitung ansonsten hatte ich die leitung ich schwörs euch du beschissen arabisch aus dich zu behindert so totkra ist back in de haus und die katte hat sich ermürdet hi katte hallo hallo ich habe dich gerade im video erwähnt und oh 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 er ist hinter mir geh mal weit weg vom zubelin dahinter müsste ich die berutschen kann ok wo ist er bei katte oder ne geht wieder weg wir gehen wieder zum ich mache den weiter Dann einmal ganz herzliches Willkommen zum richtigen Reden, Kati. Ja, hallo. Dann hallo, Achtung an PS. Ok, Kati hat es erwischt. Ich habe ja Graha. Ok, ähm, er hat einen Fallsteller. Den von vorhin, oder? Ja. Ich vermute mal. Aber ich hole sie gleich. Ich bin in der Nähe. Ich habe was anderes im Pedal. Oh Gott, wir sind so hell. Ja, ich warte zu langsam. Ok, er stellt Fälle auf unter hier. Das ist ein Arschloch, was? Er ist hinter mir. Ok, ich. Rollkarte. Ne, warte mal. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Zurück, oder? Zurück? Er kämpft. Ja, ich. Ja, ich. Alvisa, beschiss nicht. Ich scheiß Facecamper. Geht sich's aus. Ich wollte das jetzt. Er holt den Ball, ey. Ich könnte das jetzt eigentlich jetzt... Ja, ja. Ich entschärfe. Ah, scheiß, er kommt, er kommt. Fuck, 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 fuck. Was ein Arsch. Ist egal, ich bin in der Nähe. Halt durch, Kati, halt durch. Ja. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Ja, halt durch. Ich komm, ich bin in der Nähe. Alter, ist ein beschisse Facecamper. Hey, komm, verpiss dich. Was will er? Will er boosten, oder will er nicht boosten? Das ist hier die Frage. Ey, ich probier's einfach. Mir egal. So, lauf. Okay, ich vermute, er will boosten. Mir egal, ich mach jetzt, Jen. Kann mich am Arsch lecken. Jetzt knüpft er mich rauf. Der Typ kann mich grad extrem am Arsch lecken. Okay, ich hol dich dann. Er legt ne Falle, aber nicht unter mich, sonst, nee, er geht weg. Nee, er kommt wieder und ab dich. Oh, der will boosten. Ja, komm, was ist mit dir? Heil mich. Nee, er will's nicht. Na, er will boosten. Er ist ein beschissener. Festärbar. Nee, er ist Sozialschmarrotzer. Ja, was willst du, was willst du mit solchen Leuten machen? Die sind schlimmer als ein Pickel. Da, wo wir sie nicht brauchen, wenn man ihn ausdrückt, dann kommt er immer wieder. So, ähm, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Okay, er geht weg, er geht weg. Ich bin aufgeknüpft. Er legt ne Falle bei mir. Ja, wir holen dich gleich. Oh lol, ich muss schon kämpfen, Alter. Aber es geht denn? Ja, du hast vorhin schon gekämpft. Okay, er kommt. Ich hol dich, ich hol dich. Hat er eine Falle unter dir? Ja. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Ist egal, die Falle entschärfe ich. Die Falle mach ich. Die Falle mach ich. Die Falle mach ich. Du bist schiessener. Ich will dodge. Ich will dodge. Bravo! 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 Okay, ich bin in der Nähe. Hey, ich bin in der Nähe. Hey, der hat's. Nee, bist du nicht. Nee, bist du nicht. Ach, bist du. Stopp. Oh, das ist ein beschissener Facecamper. Cut die, äh. Ich komm. Okay, jetzt hat er ich. Ich war noch so jung. Was ist das für ein beschissenes Arschlag? Die holst du oder sie nicht? Es ist schatzig leider nicht. Okay, sie ist auch tot. Der könnte ich gerne noch holen, wenn der Wollt. Der bist ja tot, oder? Vielleicht. Vielleicht libe ich ja noch. Da sind wir, die Jüngsten sterben müssen. Ich weiß nicht. Nur die Besten sterben, oder? Ja, aber so geht das ja, ne? Du sagst die Wahrheit! Hä? Oh ja, oh ja. Bisschen leise bitte. Dass ich älter bin wie er. Wieso soll ich das nicht checken? Weil du nix sagst. Ich bin konzentriert und würde gern das Spiel einmal über die Bühne bringen ohne zu sterben. Nur die Besten sterben. Ich bin in Folge gestorben innerhalb von einer Minute. Und das habe ich jetzt keine Lust mehr. Der Beste! Ich habe mich raus. Medi-Kit habe ich fallen lassen. Wenn wir haben will. Oh oh. Wo ist der? Boah, das war knapp. Ja, das ist egal. Passt schon. Wo ist er, wo ist er? Ja, dann macht's wohl noch, oder? Nee, nee. Sie. Fix. Hier im Perk ist auch nix drinnen. Ich habe gar nix ausgerüstet. Das ist das Problem. Du kannst jetzt beschließen. Ein Adrenalin und einen scheiß Sprintboost. Ah, fuck you. Ups. Sorry, mate. Der Beste hat wieder böse Zeug drinnen. Das ist böse Zeug, aber die Perks, was hier immer drin hast. Und wenn du beim Chris schaust. Nix. Ja, wo kommt der? Wo kommt der? Ich versuche ihn zu stunden, wenn er kommt. Nein, ich glaube eher vom Brotty drüben. Ja. Links. Ja. Auf die Glocke. Okay, mach den schon fertig. Ja. Der Hotty ist so ein richtiges. Ja, da steht. Dann ist fertig. Ja. Mach etwas. Such die Luke. Ja, wo? Irgendwo auf dem Web. Du bist gut. Such die Luke. Du bist mir der Geilste. Ich habe den Perks nicht drinnen, dass ich sie höre. Ah, da ist sie. Ich habe 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 sie. Passt. Ich mache Fluchtversuche und lasse mich sterben. Ich bin mit dem Arsch schon fast drinnen. Also soll ich auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Einmal am Tag. Ja, genau. Kann ich jetzt gleich aufgehen? Ja, ich hoffe. Soll ich es interessanter machen für den Killer? Nein. Komm, geh auf du. So, wo ist er? wanting? Oh, scheiß auf. Ja, bin drinnen. Leider. Ja, meine Lieben, das war die erste Runde von Rec or Daylight mit der liebend Kati, unserem Ehrengast. Ich würde sagen, ich kaufe die ganze Scheiße jetzt und wir starten gleich eine zweite Runde im Anschluss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Danke. Ja, meine Lieben, und somit herzlich willkommen zur zweiten Runde von Dead by Daylit. Daylit, Daylit, versteht ihr? Es ist halb drei nach früh, Daylit. Herzlich willkommen bei Dead by Daylit. Ja, herzlich willkommen bei Tod by Tageslicht. Ehrlich, schön. Das war mal ein schöner Eingang. Finger weg von den Drogen. Du fasst, Oskar Reif. Finger weg von diesen. Lavellos. Oh, oh, Outerhaven. Schrottplatz. Oh, oh. Gas Himmel, okay. Ja, das ist die neue. Ich liebe diese. Oh, cool. Das erste Mal bin ich hier. I love this map. Not. Wenn das Haus gehst, sind auch klingeln am Boden. Und unten der Generator muss er fertig sein, dass das Tor hinten aufgeht. Oh, okay. Oh, wie gefetzt, Alter. I hate this shit, man. Es ist übrigens der Drabatoni. Wer ist das? Ein Mausfehler. Ich kann mich nicht drehen. Einmal kurz drücken, einmal kurz Mausdasse drücken. Dann geht's. Ist so ein kleiner Backformspiel. Oh, genau. Okay, erster. Erster Jump bin ich dran. Hi, howdy. Hi. Hi, Katty. Oder howdy, oder Katty. Ne, ich bin da, so eine Tassenlampe. Ah, ja, genau. So, halb, 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 halb. Hey, wo ist meine Tassenlampe, Alter? Ja, durch. 3,4. Na, ja, wie? Okay, erster Jump ist fertig. Oh, je. Ist fertig. So, welchen Killer haben wir jetzt? Blau Trepper. Unter Trepper. Ah, super. Gewaltig, schon wieder. Bestimmt der gleiche wie vorhin. Ja, ja, zumindest. So, ja, kann gut möglich sein. Ja, dann werden wir ihn jetzt richtig genau analysieren. Dann werde ich den Pickel jetzt mal ausdrücken und mit richtig viel Schnapsteff desinfizieren. Boah, Alter. Boah. Aber drei immer hintereinander die Scheiße kommen, das ist schon heftig, oder? Ja, Skilltack. Da kannst du zeigen, da kannst du zeigen, welchen Skill du hast. Hab ich nicht. Okay. Und bei welchem Haus im Klingeln? Hi, Tom. Bei der Gasstation. Okay, nächster Teil, Hälfte. Eben eine Taschenlampe. Okay, dann ist es der Hautwee. Äh, da hinter dir, gell, ist eine... Also genau hinter dem Chen. Ja, ist eine Kiste. Ja, genau. Und da ist ein... Medikit, ich sehe, ich weiß. Nee, Tom, was machst du? Er ist am Haus. Ja, er steht da irgendwie nur rum. Er legt da eine Falle bei dir. Nee, doch nicht. Doch, er legt eine Falle bei den Reifen. Okay, ten, 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 fertig. Kommst du mir hier in den Korps rein? Kim? Nee, 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 nee. Der steht da nur rum. Lass, lass mal weggehen, lass mal weggehen vom Killer. Deine Box zu sterben. Okay, ein Tenok, ein Tenok. Ich hab einen. Das läuft mir, das läuft mir zu glatt, Freunde. Naja, der steht ja nur rum. Ich, ich geh mal da jetzt. Hä? Das läuft mir. Warten, ich hol jetzt das Medikit. Wo war das Medikit noch mal? Dahinten in Kobra. Beim Ten. Okay, er steht auf dem Berg und beobachtet mich. Okay, er will sicher wieder posten. Was will er da oben? Ja, ich lauf mal hin. Ja, ich lauf mal hin. Lauf du hin. Er legt eine Falle. Ja, er will, dass du reingehst. Komm, er will, dass du reingehst. Los, geh ran. Geh ran, da. Äh. Ich hab keine Berührung. Sengst du das? Ja, ich auch nicht. Aber ich hab Angst, meinen Pip zu verlieren. Lass mich rein, da, du. Er hat keine Falle gelegt. Ja. Er legt dann nicht flach, nicht? Er ist gleich fertig. Er ist 80 Prozent. Okay. Haut er. Ah, voll verkackert. Hey, lass mich mal fertig, Kyle, du beschissener. Ups. War reine Absicht. Du heilst dich selber, du auffällig. Ne, ne, heil ich nicht, du auffällig. Mach den hier bei mir mal auf. Ja, ich mach den anderen Ausgang auf. So, geh nochmal. Geh in die Falle, geh in die Falle, geh in die Falle. Da geh ich fallen. Hey, ich wollt grad rein gehen, Alter. Du legst ihn nieder. Oh, mein Gott. Ja, lass ihn bitte mich heilen, okay, Kollege, weil sonst springe ich durch den Computer. Ich krieg mir ein Kind, oder punkte ich? Halt, Halt, ich heil mich kurz vor, Halt, Halt. Komm, hat mich liegen lassen. Nein, ich bin in der Falle eine. Ah, okay. Ich geh auch mal rein. Wiii. Schau, du reißt dich sogar ein, Hote. Hey, komm her. So, einer heilt mich, die anderen geben die Falle. Chris zerreißt gleich. Ist so geil. Da geht sie hoch. Ja. Ab. Oh. Haha, er ist so ein Horsch. Er legt sie genau hinter mir. Warum geht das nicht? Ich hab keine Punkte. Mann. Er hat einen Bock drin, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich leuchte mich ins Gesicht und er erhalte mein Gesicht. Ich hab ihn nicht. Ja, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Aber jetzt frisst es mich leider. Ich bin auch nicht rein. Oh, das war ja so. Er ist eine Orgie da. Oh, komm. Hä? Aber dann brauchst du keine Berührungswechse haben. Können wir den blocken? Ganz leicht, ja. Dann schlägt man hier so, ne? Ich liege auch flach. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Scheiss dem anderen. Ich komm gleich. Ich hab voll Puls, Alter. 200 Puls hab ich. Mal. Mal so sozial. Hier kommt ja alle, das ist aber nett. Sogar der Kieler kommt da. Der erste war der Blacksmith. Der erste war der Blacksmith. Oh, ja tiefer, 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 tiefer. Bisschen links, bisschen links. Bisschen rechts. Rechts, rechts. Ja, genau da. Ja, 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 ah. Oh, ja. Das fühlt sich gut an. Ja, ja, ma, ja. Das könnte ich, das könnte ich, das könnte ich heavy genießen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wo ist der Hau-Ti? Ich komm schon, Hau-Ti. Ich will, ich will die Punkte. Du kommst. Komm, 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 komm. Ah, mi, 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 mi. Ne, passt schon, 200 Kalle mehr aufhängen. Lass mich nicht aufhängen und dann, du kommst du dich an. Ich will amalhängen, du hast es nicht. Amalhängen. Ja, ich will sie nicht. Eller, lass die auch schacken. Null. Ihr macht es nicht in Fallein. Maximal, großartige Gefährdigkeitstext, Max. Da hängst und dann kommst du gleich wieder runter, das ist so heftig. Okay, total watsch, was er da jetzt dabei ist halt. Komm, gell? Mhm. Ui, das war mal ein Looping hier. Boah, scheiße, ich hab... Jetzt hab ich nur auf Karte geachtet. Sorry. Scheiße, schon bin! Ich... Oh, jetzt hab ich sie. Das geht mir alles zu heavy. Okay, Karte, glaub ich, ist weg jetzt, oder? Nein, Karte ist... Hat der Karte auch die Schilder, oder? Ja! Okay, Karte ist weg. Nee, 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 Karte. Ich grüß... Ich grüß... Ich grüß... So, wer muss ich nicht? Also, ich war schon... zweimal. Ich war noch nie. War scheiße. Sorry, Karte. Alles gut. Ich war noch nie am Haken. Ja, dann geh hin zum Keller. Ich will auch mal. Gut. Danke. Wow, wie es mich gleich überglaubt. Ich will auch mal. Ja, klar. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Juhu. Yeah! Nee, nicht du, Mina. Du blöde Bitch, du. Lass mich... Zweimal Kante hin. Zweimal Kante hin. Hol mal runter, Karte. So, jetzt ist es gut, aber Killer. Jetzt lässt du mich mal heilen. So, ich geh mal kurz weg. So, jetzt heilt mich mal. Da war ein schönes Farbbild. Schön, ja. Drei Frauen... Wie? Also, das Bild... Das Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Drei Frauen, die aneinander rumfummeln. Hahaha. Da ist die Palette. Da ist die Palette. Da ist die Palette. Da ist die Palette. Machen wir noch Paletten? Da. Wie läuft denn da verletzt? Ich! 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 Wo bist du? Wo bist du? Wo ist sie? Die halten mich jetzt. Ganz dunklen Eck. Ich will auch betotcht werden. Ey, bitte nicht stören hier, ja? Friends! Friends! Touch me! Touch me! Okay. Seid ihr eine verdammte Kacke? Im Haus. Bei der Tankstelle. Ja, klar. Ich will auch begrabbelt werden. Okay, da vorne sehe ich was begrabbeln. Kati! 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 Jetzt! Oh yeah! Super! Kati! Nicht blockieren! Wer will? Wer will? Wer will? Wer hat noch nicht? Ich will! Ich will! Da da! Ich will! Hey du vor mir! Tom! 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 Bleib mal stehen! Heil mich! Kill me! Kill me guy! Sex mate! Jetzt komm! Das ist du und verlass das jetzt! Okay? Ups! Der Killer stand im Weg! Sorry! Ja, jetzt! Jetzt aber! Der Scheißkiller bringt mich ganz draus! Da hab ich nicht falsch das Klamm benutzt! Der Killer bringt mich ganz draus! Tom! Pass mal auf ein bisschen! Ich weiß nicht! Nee, nee! Das kann jeder sagen! Ich hab Videobeweise! Ja! Über der Hälfte! Sie hängt schon wieder rum da auf seiner Schulter! Ich häng halt gerne ab! Warte mal! Vielleicht kann ich ihn blitzen! Ich bin jetzt frei! Ich bin jetzt frei! Mit blockieren wir das mal gegenseitig! So! Ich brauche Pflege! Kriegst du! Pflege? Wer braucht Pflege? Nee, ich passt! Ja! 阿i, hier steht ich gerne! Böchtanig! Leider zu spät! Manuuu! MENO! Oh Gott! Wo ist der Killer? Hier bei mir! Kili Kili! Ich brauche noch einer! Hottie, Hottie, hast du die Wassilise dabei? Nee, ich mein's nicht. Okay, dann hab ich ein bisschen dabei. Ich hab ein Kulturbüttel daheim geholt. Da ist noch ein Brett, da kannst du noch mal spannen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Killa? Killa? Hey, Lars. Wo genau wart ihr? Ich bin raus. Ich geh raus. Ihr auch. Tschüss Killa, viel Spaß. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, das war mal eine Runde, die sich wirklich bezahlt gemacht hat. Ich warte euch ab, wie viele Punkte wir haben. 45.000 habe ich. Ja, ja. Ich hab 48.000 Blutpunkte und 42 Gesamt. Ja. Ja, meine Lieben, das war mal eine schöne Runde mit meinen Liebsten. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Kommentiert es, abonniert es. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Kauft es. Kauft es. Nee, kauft es nicht. Gebt lieber mir das Geld. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.